Hallo meine Freunde und herzlich willkommen, ich darf euch begrüßen, ich freue mich natürlich sehr, dass ihr am Start seid und zwar, ja, ich hab's ja gesagt, ich bin jetzt wieder DIA geworden, jetzt kommen wieder lehrreiche Videos und heute fangen wir das ganze mal mit einer Replay-Analyse vom guten Faker Heid und Busch auf Yasuo an. Ich hab ja schon mal die ein oder andere Replay-Analyse gemacht und wir halten das mal ganz kurz hier an. Mein Ziel ist es auf jeden Fall für diese Analyse, für alle die kommen werden und auch die schon gekommen sind, dass ich ja irgendwas Informatives für euch mitbringe, ja, das heißt irgendwas, was ihr noch nicht gewusst habt, das ihr, wo ihr sagt, ja geil Tobi, das ist nice. Sogar ich lerne meistens bei diesen Analysen was und auch in dieser Analyse habe ich einiges gelernt. In diesem Video, für die Leute, die jetzt Angst haben, nein, es wird sich nicht grundsätzlich um Yasuo drehen, klar, es ist hier der gute Faker, wir werden so ein bisschen hier und da gucken, was er macht, aber vor allem geht es hier um Vision, Map Awareness und Wards und sowas in der Geschichte. Ja, das heißt, das soll das Ziel sein und das fängt nämlich jetzt auch gleich direkt schon an. Das ist natürlich ein absolutes High-Elo-Challenger-Gameplayer, das heißt, wir sehen hier auch Peanut, ist natürlich ein absoluter koreanischer Jungler und wenn wir das Ganze jetzt mal vorspulen etwas, geht es nämlich jetzt schon los, ja. Vision ist nämlich, die aktuelle Meta ist ja sehr, sehr Early-Game-lastig, kann man tatsächlich sagen und jetzt geht es nämlich los, ja. Eine Minute 20 und er fängt jetzt direkt an und platziert hier ein Ward, ne. Ab dieser Stelle habe ich jetzt schon was gelehrt, das ist unglaublich gut. Ja, jetzt könnte man natürlich sagen, Herr Tobi, ja, Ward platzieren ist jetzt auch nicht so geil, aber dieses Ward, da steckt halt einfach viel, viel mehr hinter. Aber, da kommen wir gleich zu, weiter geht es nämlich jetzt direkt und zwar kommt jetzt eine weitere Mechanik, klar wusste ich, dass sowas geht, aber angewendet habe ich es nie, denn es gibt immer einen Unterschied zwischen, ja, Anwenden und Wissen, ne. Und im Prinzip ist es halt cool, dass er jetzt, er macht hier eine Q, jetzt kommen die Vögel natürlich angeschissen, macht noch eine Q und er geht instant im Sturm auf die Lane. Finde ich gar nicht so bad, ne. Kann man vielleicht hier oder da so einen kleinen Pauk drauf bringen, verkehrt ist das nicht. Vor allem, wenn man auch noch pushen will, ne, wissenswert auf jeden Fall. Und jetzt geht es nämlich los, die aktuelle Meta ist nämlich so, ihr macht euren Buff, je nachdem, wo ihr halt anfangen wollt und wie ihr traden wollt und fighten wollt und was, es gibt aktuell wirklich viele, viele Routen. Aber, ihr macht euren Buff, meistens ist hier der Red Buff auf der Seite und dann geht ihr Taunty machen. Manche machen noch einen Camp dazwischen, weil der nicht direkt spawnt, aber ihr geht Taunty machen und deswegen steht dieses ultra geile, super sweet, nice Wad hier. Und jetzt weiß Faker sofort, okay, der gute Camille-Spieler ist hier. Jetzt weiß auf jeden Fall auch Gangplank rein, theoretisch der Top-Laner, okay, wir können übelst aggressiv hier spielen, weil der Jungle ist hier unten. Naja, ich meine, Gangplank ist jetzt nicht der aggressive Champa, vielleicht wäre der ja auch mal ein Renekn oder irgendwas. Und auch die Bot-Laner weiß, okay, wir müssen jetzt warden, was sie genau in diesem Moment gemacht haben, weil Camille ist im Fluss. Und was macht nämlich Camille, nachdem sie Taunty gemacht hat? Es gibt zwei Möglichkeiten. Eigentlich gibt es drei, aber im Prinzip, die nahe, oder sagen wir erstmal die nicht nahe linkste, die nicht lang liegend ist, wäre sie invaded hier. Die Chance, dass der Buff schon weg ist, wie es ja auch ist, ist da hoch. Die anderen zwei Chancen ist, sie gankt unten, deswegen wurde auch hier gewardet. Und die nächste Chance ist, sie geht in die Mitte ganken, was unglaublich hoch ist, weil wir, ja, die Meta ist so, du machst den Taunty, gehst über die Mitte und machst den anderen Taunty. Das heißt, es kommt fast immer ein Level-2-Gang in der Mitte. Kommt immer auf den Champion an, aber wenn er ganklastig ist, dann schon. So, ne, das heißt, Faker weiß jetzt auch, wie er hier spielen muss, beziehungsweise muss er sich natürlich dezent zurückhalten, aber er weiß, okay, hier, ne, Camille, die muss ja auch immer noch auf Taunty warten, wollte für den Botlane-Gang gehen und rip. Jetzt kommt das nächste Interessante, und zwar, ja, deswegen, das fängt schon alles hier an, aber Vision finde ich sehr, sehr wichtig, ja. Dadurch, dass jetzt das rote Team weiß, dass Camille hier unten ist und irgendwie versucht, da zu ganken und wahrscheinlich Taunty jetzt nehmen wird, weiß man, dass Nidale, oder weiß Nidale, okay, dieser Blue-Buff, der steht noch, denn sie hat nur den Red-Buff, das sieht man mal ganz schön. Ich kann mir den jetzt snacken, der ist free. Ne, genauso, wenn ein Twitch mit Level-2, ist ja aktuell gar nicht mehr Meta, glaube ich, Twitch-Jungle oder so, wenn der aber dennoch ganken sollte mit Level-2, dann wisst ihr, der hat immer noch seinen Blue-Buff, da könnt ihr da instant hingehen, ne. Ja, das ist sehr, sehr, äh, ist auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Idee. Allerdings muss man sagen, Moment, ja, jetzt geht Nidale nämlich hier rüber, zack, sie geht da rüber und kann hier den Blue-Buff-Swing, was ziemlich cool ist. Sie hat allerdings jetzt direkt gemerkt, ja, Achtung, wir müssen nämlich jetzt mal auf die Vision vom blauen Team gucken, die hatten nämlich hier oben ein Ward. Da ist Nidale kurz vorher durchgelaufen, das war auch ein gutes Ward von Fizz an der Stelle, muss man sagen. Und dadurch, dass Nidale da durchgejumpt ist, ja, wir sehen es gleich, sie kommt da, zack, wissen wir wiederum, okay, ich, Camille, bin hier, Nidale geht gerade straight, wahrscheinlich zu Taunty, vielleicht aber auch zu meinem Blue-Buff, denn sie weiß, mein Blue-Buff ist noch da. Das bedeutet, dass Camille jetzt nicht Taunty macht, was sie eigentlich machen wollte, sondern so schnell wie möglich zum Blue-Buff wird und da auch schon pingt. Na, da sieht man, das ist, das ist einfach, wie man sich Gedanken über das Spiel machen muss. Das finde ich halt wirklich, wirklich gut, wir machen den Fog of War weg, na, wir sehen, Nidale ist hier an Action, pingt und hier wurde auch übel gepinkt, na, man weiß, dass Nidale hier ist, deswegen kommt auch direkt Jace. Was gefährlich ist, weil Gangplank keine Push-Gewalt hat und Gangplank halt viel, viel schwächer ist als Jace, aber, ja, Nidale ist halt sehr, sehr gut, was Invaden, Counter-Jungle angeht, etc. Jetzt kommt nochmal eine Situation und zwar, ja, sie ist jetzt geflasht, will jetzt hier wegkommen, ja, ist natürlich sehr gewagt, aber hier kommt tatsächlich der Flash. Hätte der getroffen, dann hätte sie keinen Sprung gehabt und wäre sie gestorben, aber, ja, wie gewonnen, so zerronnen kann man auf jeden Fall sagen, ne, aber ich finde, das waren auf jeden Fall schon mal coole, coole Punkte. So, meine Freunde, der First Bag ist jetzt da gewesen, das heißt, er hat hier einen Doppel-Doorans gekauft, was sehr, sehr gut ist, wenn ihr ein hartes Match-Up habt, wie so ein Fizz, der euch permanent engagen will und er hat natürlich ein Control-Board gekauft, genauso wie Fizz. Und jetzt wird es wieder sehr, sehr interessant, denn, Achtung, aktuell sieht Fizz nicht den Yasur, das heißt, wir machen die Vision, er hat ihn nicht gesehen, weil er hier durch den Fog of War quasi gelaufen ist, während andersherum allerdings der Yasur den Fizz sieht. Ihr müsst immer in das Inventar eurer Gegner gucken, das heißt, Yasur sieht, Fizz hat auch ein Control-Ward im Inventar, das ist immer sehr, sehr wichtig. Jetzt erstmal läuft der Yasur, beziehungsweise Faker, wie auch immer man möchte, hier erstmal los und platziert direkt sein Ward. Das Wichtige an diesem geilen Ward ist, muss man einfach sagen, Fizz hat nicht gesehen, dass Yasur die Lane verlassen hat, das heißt, niemand weiß, dass dieses Ward hier steht. Wenn der Gegner sie, 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 sie macht, dass ihr euer Ward irgendwo hin platziert, dann kann der Gegner pingen, hey, da steht ein Ward, geh außen rum. Aber niemand weiß, dass dieses Ward da ist und deswegen ist dieses Ward ein wirklich tolles Ward. Dieses Ward wird ein schönes sein. Andersherum geht es nämlich jetzt weiter, und zwar, ah, es ist schon vorbei, Moment, gehen wir zurück. Und zwar, hier kommt nämlich genau das andere Beispiel. Achtung, wir sehen nämlich, ja, Faker läuft jetzt hier oben lang, wir sehen, dass Fizz sein Control-Ward im Inventar hat. Er verliert jetzt die Vision zwar von Fizz, sieht aber, dass er von hier hochgelaufen kommt und kein Control-Ward mehr im Inventar hat. Die Chance, beziehungsweise es geht hier gar nicht um Chance, es ist hundertprozentig, dass sein Control-Ward jetzt hier in diesem Bus steht. Das ist genauso, wenn euer Gegner ein Control-Ward kauft, nach unten läuft und dann nach 10 Sekunden wiederkommt. Dann ist die Chance so unglaublich hoch, dass es entweder hier, hier oder hier steht, meistens da. Das heißt, ihr könntet rein theoretisch, je nachdem, wie stark ihr im Feinden seid, dahin gehen und das sofort wegmachen. Dieses Ward ist Geldverschwendung. Grundsätzlich sind Worts nie Geldverschwendung, aber man weiß, hey, da steht ein Control-Ward. Das wurde auch, glaube ich, hier, wir sehen es auf der Map, der Ping ist direkt da, hey, da ist ein Control-Ward da. Und als Niederlehr, sie weiß jetzt, okay, da muss ich nicht durchgehen. Das ist, ne, dadurch gibt man dem Gegner auch falsche Sicherheit. Der Gegner denkt, okay, na, ich hab hier ein Ward, ich hab Vision, beziehungsweise ich weiß, ob da jemand kommt oder nicht und da kommt man halt von woanders. Ne, zum Beispiel hier rum, hier rum, hier rum. Jetzt kommt Fisser allerdings direkt für einen Trade. Rein theoretisch kann er das machen, er ist nämlich Level 5 und Faker ist nur Level 4. Aber, ja gut, sagen wir es mal so, Niederlehr ist hier, das ist natürlich sehr, sehr gefährlich, deswegen klappt das nicht. Beziehungsweise sehr, sehr schlecht, hier sehen wir natürlich, naja, ich denke mal, das ist absoluter Standard, aber für den einen oder anderen sage ich es einfach mal. Na, wenn ihr nicht direkt auf den Gegner dashen könnt, dann dasht auf die Minions und macht das Q auf den Minions, so trefft ihr mit dem Q ja immer noch euren Gegner. Im Wirbel quasi. Ja, Fiss versucht hier wegzukommen, jetzt sehen wir noch eine schöne Mechanik, muss ich sagen. Und zwar, ähm, ich hab vielleicht auch hier gedacht, dass sowas geht, aber ich hab's nie gemacht. Man kann das Q casten und dann flashen. Das heißt, wir sehen, jetzt macht er das Q, er macht schon Rasa, ne, und jetzt flasht er, zack, und da trifft er das Q. Ne, dagegen hast du, ich meine, er hätte da wahrscheinlich eh nichts gegen machen können, aber dagegen hat der Gegner noch weniger Möglichkeiten zu reagieren. Das ist also wirklich, wirklich eine gute Mechanik und sollte man eigentlich immer machen, wenn man das so machen möchte. So, weiter geht es und zwar mit den Vision Plays. So wie es jetzt aussieht, ist es so, dass der gute Faker sich jetzt Attack Speed Boots gekauft hat. Die sind sehr, sehr gut aktuell auf Yasur, weil natürlich Phantom Dancer etc. alles sehr, sehr teuer geworden ist. Und wir sehen, dass bald der zweite Taunty hier auf der Map Spawn, beziehungsweise der dritte, wenn man so möchte. Und, ja, bei Taunty ist es sehr, sehr oft so, dass der erste genommen wird von beiden Seiten und dann wird's irgendwie vernachlässigt sehr, sehr oft. Aber nicht so beim guten Faker. Denn wir können jetzt gleich sehen, ja, wir haben auch grundsätzlich gute Vision hier. Hier steht ein Control Board und hier steht ein Control Board. Er hat seins mittlerweile auch gestellt. Und wir können nämlich jetzt gleich hier unten in einem absoluten Mini-Augenblick sehen. Ja, da ist ein Wort. Da, Kimmel, ne, sehr, sehr wenig AP, der gute Peanut, Level 4. Da haben wir ihn ganz kurz gesehen. Das heißt, er verschwindet nämlich jetzt sofort wieder, zack, das weg. Mehr hat man über die nicht gesehen. Das war wirklich alles, aber ich denke, das hat Faker, weil er einfach eine Maschine ist. Und, ich meine, die Gegner haben es wahrscheinlich auch mitbekommen. Das hat er gesehen. Und was macht eine Kimmel, die hier unten Control Wardet? Ich meine, sie hat wenig AP. Hier spawnt gleich ein Taunty. Die Chance ist also unglaublich hoch. Was macht also der gute Faker? Der gute Faker denkt sich, let's go. Level 6 gegen Level 4. Ne, wird auch ordentlich schon gepinkt. Wundert mich, dass die Botlane gar nicht movt. Die hätte locker moven können oder müssen. Aber wir sehen, ja, sie ist am fucking Taunty mit, uh, mit Level 4. Ja, was willst du mit Level 4 gegen Level 6 machen? Der hat schon Attack Speed Boots, der hat noch nur das Jungle Item. Free Kill. Ein F-R-E-E-Kill. Free Kill. Einfach, ne? Super sanig. Jetzt geht's auch direkt weiter und zwar mit Fizz. Ja, bei Fizz hat mich das jetzt ein bisschen gewundert, dass er noch so offensiv mit der E hier reingegangen ist. Er wollte noch die Minions mitnehmen. Hat auch Niederley nicht gesehen, muss man hier sagen. Aber gefährlich alle Male. Aber wir sehen natürlich, hier, das wundert mich auch ein bisschen, warum er nach oben weg läuft. Hier unten ist sein Turm. Das ist sein Turm. Warum läuft er nach oben weg? Also das verstehe ich. Also ich verstehe es in der Hinsicht schon, weil der Weg natürlich zu Niederley so größer ist. Aber die Chance wegzukommen ist natürlich gegen einen Yasuo, der schnell rennt und eine Niederley, die schnell rennt. Unglaublich gering. Ja, und so sehen wir auch. Ja, Faker 3-0. Kurze Zeit später haben wir jetzt nochmal zwei kleine, kleine Szenen. Diese hier ist von der Idee auf jeden Fall nicht schlecht, denn er macht hier die Windwall, kurz bevor er den Busch betritt. Das kann man natürlich machen, weil grundsätzlich ist die Idee, dass ein Fizz immer dich wahrscheinlich mit der Ult direkt engagen wird. Ja, man kann die Windwall natürlich auch zum Facechecken benutzen, aber das ist natürlich hier nicht der Fall, weil er sie ja weit vor dem Busch gemacht hat. Hätte Fizz da jetzt eine Ult rausgeworfen, oder wäre da einer drin gewesen erstmal, naja, dann wäre natürlich dann Skillshot geblockt worden. Natürlich muss man dabei aufpassen, denn die Windwall hat sehr, sehr viel Cooldown. Auch hier hat er natürlich schön gemacht, hat das Control weggenommen und dann sein neues hingestellt. Dadurch weiß wieder keiner, dass da ein Watt drin steht. Jetzt kommt allerdings der Engage von Fizz. Und man muss natürlich interessanterweise sagen, der Fizz hat nichts. Der CDR-Boot ist 0, 2 Ultra Behind und er will trotzdem traden. Und das Fiese ist, er kann das vielleicht sogar, weil Fizz einfach ein Champion ist, der unglaublich gut ist. Also im Train, im One-on-One. Er kann 10 CS gegen 40 sein und er killt dich trotzdem noch. Wer kennt das nicht? Viele. Das Problem bei allen Fizz-Spielern und deswegen hier auch schon mal Counterplay gegen Fizz. Die Engagen einfach 24-7 permanent, haben wir bis jetzt auch schon gemerkt. Und das ist einfach der Tod für jeden Fizz-Spieler, ne? Die Engagen, obwohl sie keine Vision haben, werden hier abgeholt und jetzt, das ist halt Standard-Kill, ne? Zack, weg. Faker 4-0. Wir sehen auch übrigens, dass er sich einen Magier-Resistenz-Mantel gekauft hat, den er das ganze Game lang nicht upgradet. Wichtig, man kann Items kaufen, ohne die abzugraden. Das geht, ja. Das sieht zwar vielleicht immer für manche Leute doof aus, wenn du 5 Items im Inventar hast und keins fertig oder so. Aber auch einen Armgarten, Magier-Resistenz, einfach ins Item packen und dann was anderes bauen. Dadurch habt ihr euch schon mal abgesichert, ihr müsst nicht immer Items fertig bauen, auch wenn das viele, viele Leute immer denken, ne? Damit wieder Faker, ja. Ordentlich gut dabei, kann man auf jeden Fall sagen. Fizz mittlerweile 0-3. Jetzt kommen wir doch mal zu einem, meiner Meinung nach, unglaublich großen Fehler, den wirklich auch sehr, sehr viele von euch machen und das fällt euch gar nicht so richtig auf. Was passiert? Grundsätzlich sind Faker und Fizz 0-3 hier in der Mitte so ein bisschen am Betteln, das kann man machen, das ist ganz okay. Aber wir sehen jetzt, ich meine unabhängig, hier hatten wir das Wort, man hat ihn auch so gesehen, aber, ja. Wir sehen, dass Peanut jetzt durch die Mitte läuft. Jetzt haben wir zwei große Probleme. Das erste ist, wir haben gesehen, er hat XP bekommen, das ist zwar cool für ihn, vor allem, weil er Level 6 bekommen hat, ne? Da kann man das gerne mal machen. Aber er klaut dem Fizz XP. Während die jetzt beide gleich aufsagen wir einfach mal, so würde Fizz jetzt im Nachteil sein, weil er durch die Mitte läuft und XP klaut. Das andere Ding ist aber, er hat dem gegnerischen Team jetzt komplett mitgeteilt, wo er ist. Ne? Das ist so, als wenn ihr in einem Sniper irgendwo im Weltkrieg seid und eine Flagge oben aufs Haus packt. Hey, hier bin ich, ne? Jeder weiß, okay, da ist ein Sniper, da gehen wir nicht lang. So nach dem Motto. Das bedeutet, der Toplaner weiß, hier ist die Camille, die Botlane weiß, hier ist Camille, okay, es ist jetzt gerade nicht viel los, aber grundsätzlich könnte Botlane jetzt absolut overextenden und hier für den Dive gehen. Weil Camille sich hier oben gezeigt hat. Ne? Und dadurch, dass man jetzt auch sieht, klar, sie will zum Taunti rüber, ne? Normale Mechanik hier. Aber dadurch wissen wir, okay, Camille ist hier oben. Ich meine, wir haben auch dieses Watt hier gehabt. Stellen wir uns aber mal vor, es wäre das Szenario, dieses Watt wäre nicht hier. Und wir hätten nicht gesehen, dass Camille hier irgendwo ist, sondern wir wüssten nicht, wo sie ist. Wenn du nicht weißt, wo der Gegner ist, dann ist das unglaublich gefährlich. Aber weil wir wissen, dass Camille da oben ist, können wir jetzt locker hier All-In für den Fist-Fight gehen, ne? Der Camille kann da eh nicht dazukommen, ne? Wir können jetzt hier ultra drauf greeden, während sie hier oben am fucking, fucking Taunti am Machen ist, ne? Grundsätzlich, wenn du nicht weißt, wo der gegnische Jungle ist, ist es immer eine extreme Gefahr zu fighten. Wir wissen, wo der gegnische Jungle ist. Nehmen wir mit. Na, Camille nehmen wir auch noch mit. Ist auch kein Thema. Deswegen, Leute, lauft nicht durch die Midlane. Außer ihr seid so einer, der sagt, okay, ich werde eh das Ding carryen, gib mir ein bisschen XP, gib mir ein bisschen Gold und her damit. Naja, aber besser nicht. Und der zeigt euch so wenig wie möglich. Ist einfach GG. Okay, um nochmal meinen How-To-Counter-Fist noch ein bisschen zu untermauern, wie hart das Ganze geht. Wir haben Faker, Level 10, gegen Fist, Level 8. Wir haben hier einen Phantom Dancer, 6-0 und einen 1-4-Fist mit Trödel-Markt-Items im Inventar. Ne, nicht mal Magic Pen Boots. Und was werden wir sehen? Wir sehen... Der Engage. Na ja, der fliegende Fisch. Der Engage. Ich meine, okay, er ist mittlerweile Level 9 geworden, aber... Der 1-4-Fist Engaged. Ich finde das aber so bad gemacht von ihm, dieser Engage. Außer er dodgt jetzt das Q von ihm. Ich weiß gerade nicht. Also okay, das Faker-Cue war unglaublich bad, aber... Wenn ihr gegen den Yasuo Engaged, dann niemals wenn ihr seinen Sturm ready habt. Das ist komplett GG. Was aber passiert ist... Okay, der Sturm war jetzt nicht boosted, muss man ehrlich sagen. Also hier in dem Sinne sieht er boosted aus. Aber er nutzt das natürlich jetzt, um hier ein bisschen Abstand zu machen. Das ist immer sehr, sehr gut. Das heißt, ihr kommt erstmal von Fist weg. Zack. Schön lange warten. Leider wird der Speer jetzt... Ups, der Speer jetzt hier gedodged von... Ja, von der Ultimate von Camel. Aber auch hier kann man wieder einen Kill erzielen. Natürlich, Faker ist dieses Mal gestorben. Ist im Prinzip also worth. Aber ihr habt gesehen... Einen fucking Fist Engaged einfach immer. Bedeutet, wenn ihr gegen Fist spielt, baitet das. Ultraart unter dem Turm. Geht da als Jungler die ganze Zeit in die Nähe. Irgendwie sowas, ne? Fistspieler... Gute Ohren holten. Nice. Fistspieler wollen immer fighten. Immer. Ja, schön. So, hier oben kommt nochmal eine kleine Szene. Die finde ich eher interessant auf jeden Fall. Das sind coole Gedanken. Ich weiß nicht, ob es vielleicht sogar random ist. Aber wir können ja keiner drüber diskutieren. Wir haben gesehen, dass Fist hier in diesen Busch gegangen ist. Yasuo hier mit super langen Haaren. Holy shit. Geht jetzt hier hin. Und was er jetzt macht... Das sieht super komisch aus. Ja, man denkt so... Er macht die Cue nach hinten. Entweder es war ein Fail. Oder ich glaube sogar, dass er predicted hat, dass Fist natürlich Inseln aus dem Busch rausqueen wird. Durch ihn durch. Und dann hier ist. Weil das ist das, was ein Fist machen würde. Also ich würde Auditech W-Cue machen. Aber wir sehen, kurze Zeit später kommt er raus. Das heißt, rein theoretisch, hier ist sogar noch dieses Zeichen von seiner Cue. Kann das sein? Das heißt, eine Millisekunde später, das Ganze hätte wirklich getroffen. Also die Idee finde ich wirklich nicht schlecht. Na, der Fist kommt ja weg. Aber tolle Idee. Hier kommt jetzt nochmal eine interessante Szene, die ich gerne mit euch besprechen möchte. Und zwar folgendes. Faker hat sich mittlerweile Fandom Dancer und Infinity Edge gekauft. Und eine Stopwatch. Meistens ist es so, dass jetzt die Leute anfangen, irgendwie Styrax, Frozen Mallet oder was weiß ich, Blutdürste zu kaufen. Gibt auch noch ein paar andere Items, die man gehen könnte. Aber er hat sich hier für die Stopwatch entschieden. Und das finde ich wirklich sehr, sehr gut. Denn er wollte daraus auch einen GA bauen. Warum macht ein GA Sinn? Faker ist aktuell der mehr oder weniger krasseste Spieler im ganzen Team. Ja, oder im ganzen Game, kann ich sagen. Nidalee ist auch 10-3, aber beim besten Willen nimmt Nidalee die 10-3. Es ist nicht so krass wie ein 8-1 Yasuo. Yasuo rasiert komplett durch. Und er ist also der Spieler, der das ganze Gold trägt. Er ist der wichtigste Spieler. Er ist der Spieler, der vom blauen Team unbedingt umgebracht werden muss. Und wenn er stirbt, ist die Chance, dass das rote Team verliert, sehr hoch. Das heißt, er muss seinen Vorteil schützen. Er ist so weit far ahead, dass er in einem normalen Game hätte jetzt vielleicht gerade mal zwei Schwerter oder nur einen BF-Short. Ja, aber das heißt, er kann sich leisten, jetzt ein GA zu kaufen, weil er so weit vorne ist. Beziehungsweise eine Stopwatch generell. Und dadurch kommt nämlich jetzt hier dieser Fight zustande. Er wird jetzt erstmal gestunt. One-Ult kommt. Fisk geht hier drauf. Fisk geht jetzt auch direkt ins Stundenglas. Er dodgt jetzt das Camille mit seinem Stundenglas, mit seiner Stopwatch. Jetzt kommt wieder die interessante Szene, dass Fisk geht hier weg. Er macht wieder die Q, zack und das Flash. Schön gemacht auf jeden Fall, wenig Counterplay dagegen. Wird jetzt trotzdem umgebracht, muss man sagen. Aber generell, manchmal ist weniger mehr. Wenn ihr der Spieler seid mit 10-0, dann guckt, dass ihr was Defensives kauft, weil ihr habt so viel Damage, wie ihr in einem anderen Game 10 Minuten später gehabt hättet. Das heißt, auch mal Defensiv-Item-K machen. Grundsätzlich muss man sagen, geht das Spiel jetzt mehr oder weniger so runter. Das ist eigentlich, werden jetzt nur noch Solo-Kills gemacht und die Leute Solo-Gekillt. Weil Solo-Kills halt sind, aber Catches und die Gegner geben auf etc. Aber ja, das soll es mit dem Video gewesen sein. Ich hoffe, es waren, auch wenn es nur so ganz, ganz kleine, überall so kleine Pigs, so kleine Körner waren, die man so aufgesammelt hat. Ich hoffe, es waren informative Sachen für euch, die euch weiterbringen. Ansonsten können wir gerne auch wieder nächstes Mal mehr über Mechanics reden. Falls ihr noch andere Sachen habt, wo wir drüber reden können, droppt das gerne. Ich wünsche euch was. Auf Wiedersehen und Tschüss.